Halte dann vorne, öffne deine Arme, balanciere die Bälle, Schultern tief und versuche jetzt dein rechtes Bein ganz locker durchzuschwingen. Geh so tief, wie du auch wieder nach oben kommst. Nochmal zurückziehen, du darfst hier gern zweimal zurückfedern und nach vorne ziehen, Brustbein Richtung Boden und ausatmen, schieb dich nach oben. Gleich nochmal, dein Becken steht senkrecht, Powerhouse aktiv und ausatmen, Arm und Bein nach oben anheben, nochmal einatmen, mach dich lang, spür die Länge in deinem Körper, atme aus und zieh dich nach oben. Bleib jetzt hier oben und jetzt drück mit deinen Handballen den Ball in Richtung Boden. Ganz kleine, schnelle Bewegungen, dein Atem fließt, deine Schultern sind entspannt. Ganz kleine, schnelle Bewegungen, dein Atem fließt, deine Schultern sind entspannt. Male 가지bsst, deine Schultern. Großartist ist, deine Schultern. Alles ist glücklich verer ohne drei Klein, die Schultern sind entspannt und politischen Angeberst. Allgemeine Environmental G freshen hierher kommen mural. Alles go. Alles ist glzlich zum Mond. Alles안� Bevacum Kent. Viel Uhr, was ich ben Gegryt. involve jetzt im Müssen. Vielen Dank.